Ich streiche dein Viech. Und dein Schiff ist eigentlich cooler als meins. Ah, ich muss Crew-Members rekrutieren. Hast du doch schon. Ja, dich. Aber wir brauchen NPCs. Okay, was mach ich denn eigentlich? Soll ich das auch auf deinem Schiff anwenden? Kannst du nicht. Wenn du herausgefunden hast, was ich machen kann, dann... Oh, wir müssen Crests und Villages machen, um Crew-Members zu kriegen. Alles klar, da würde ich sagen, gehen wir einfach mal... Also bringt das Update noch nichts, das Upgrade. Nee, ich pack's einfach mal in die unterste Kiste bei mir. Können die ja zusammenlegen, wenn wir uns darauf einigen, dass wir nur ein Schiff benutzen. Ich würd's gerne einmal bei mir ausprobieren, was das Upgrade bringt bei mir, weil... Ach so, ist es eigentlich ein Manipul... Hast du ein Manipulator-Modul? Drei hab ich. Dann pack's mal unten in die unterste Kiste und nimm dir die elf Stück mal raus. Ich würd's gerne gucken, wie's bei mir aussieht, wenn's geupgradet wird. Deswegen würd ich mir jetzt einmal... das dann... Dann müssen wir für dich auch nochmal extra Quests machen. Also auf... in Villages und so weiter. Okay. Ich packe jetzt meins hier mal drauf. Jetzt haben wir hier drei Upgrade-Module. Okay, ja, du hast jetzt die Manipulator-Upgrade, das heißt, du kannst jetzt... ...über dem X rechts, also... ...das grün hinterlegte Ding. MM-Upgrade, oder? Ja, MM-Upgrade. Da kannst du dann gucken, was du damit machst. Okay. Was kann man da machen? Du kannst deinen Materie-Manipulator-Upgraden. Ich kann jetzt zum Beispiel schon malen und andere Sachen. Power-Generator kann man hier machen. Optics... ...könne Optics-Upgraden. Power-Generator-Expansion-Slot. Hä? Warum kann ich mich nicht runter... Warum kann ich mich nicht runterporten? Ist das ein bisschen besser. Okay, jetzt kann ich gar nichts mehr upgraden. Okay. Ist ja ein Lüchternd. Ja, du hast... ...du kannst die Sachen upgraden, habe ich doch gesagt. ...du kannst die Sachen upgraden, habe ich doch gesagt. Hä? Hä? Warum kann ich mich irgendwo nach unten auf dem Planeten porten? Mhm. Gehen wir mal da rüber. Coole Hintergrund-Animation. Ja, na ja. Okay, hier können wir. So, Portman 2, die Umlaufbahn von dem Ding. Jetzt können wir. Sehr schön. Weben dort. Wow. Parallel. Ja. Und es ist Nacht. Und wir haben Dinge zu erkunden. Tomaten. Tomaten. Ja. Also das höchste, was wir jetzt machen müssen, ist ein Dorf finden. Beziehungsweise und Dinge scannen halt. Ah ja. Muss man wahrscheinlich dann beide scannen, oder? Ja. Du musst jetzt auch mal scannen, oder machst du das? Äh. Nebenbei halt. Alter, ich One-Shot einfach. Alles cool. Und wir ziehen nicht die ganze Zeit, wenn wir das Ding uns durchlaufen. Jetzt genau. Wenn du halt irgendwelche Objekte siehst, dann mach mal. Und wie Objekte? Sie räumen? Irgendwelche Sachen. Irgendwelche Items. Aha. Du weißt, hier ist so ein Drakula-Dings. Äh, cool. Was? Oh, ich bin verhungert. Du bist gestorben. Oh. Ich bin verhungert. Ich bin verhungert. Oh. Ich bin verhungert. Ich bin verhungert. Oh. Well. Wir sind nicht weit gekommen. Das heißt, unsere beiden Items sollten eigentlich noch da liegen. Relativ nebeneinander. Ja. Ich habe nämlich keine Lust, dass alle meine teuer ercrafteten Medipacks... Äh. Oh Gott. Ich bin aber woanders. Ja, du kannst nicht zu mir porten. Du weißt, wie das funktioniert. Das haben wir schon 20 Mal gemacht. Allein heute. Ich frage mal zu behaupten. So dement bist du nicht. Ja, wo bist denn du jetzt? Über dir gerade. Äh. Wo bin ich gelandet? Unter mir. Ja, warte. Du, das ist... Ich muss zu meinem Zeug. Wo ist mein Zeug? Ja, ich... Ich hole kurz unser Zeug. Alles cool. Wo warst du? Jetzt bin ich... Weiter rechts. Ich bin in der Höhle. Jetzt bin ich in der Höhle und komme nicht mehr hoch. Das ist... Na toll. Ich kriege mein Zeug nie wieder. Verdammt. Ich finde mein Zeug nicht wieder. Weil du... Weil du in irgendeine Höhle gegangen bist. Wie lange willst du heute eigentlich noch machen? Es wird mich gerade echt ein bisschen anstrengend. Ich bin gerade am Mittelpunkt der Erde. Ich bin gerade runtergefallen bis zum... Das ist keine Antwort auf meine Frage. Äh... Ich würde gern mein Zeug... Ich würde gern mein Zeug... Ich würde gern mein Zeug wieder haben. Also... Ja, dein Zeug ist rechts. Das habe ich jetzt 20 Mal gesagt. Weit rechts. So, ich nehme jetzt das Zeug mit. Ich komme mal zu dir. Ich habe alles Zeug mitgenommen. Punkt. Ich habe hier sowieso kein Zeugs. Das Wichtigste wäre, wenn man ja... Die Medizin Packs habe ich wieder verloren. Ich habe auch wieder keine Medi-Caps mit dabei. Die scheint man dauerhaft zu verlieren. Scheiße, okay. Ich brauche Pflanzen. Ich brauche viele Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen. Das ist ja scheiße. Jetzt habe ich wieder keine Medi-Kits. Ja, ich auch nicht. Das ist scheiße, weil ich habe sehr viele gecraftet. Ich brauche Pflanzenfasern. Viel, viel, viel. Mit Pflanzenfasern. Medi-Kits scheinen hier wohl keine wichtige Ressource zu sein. Wer unterhält. Ja, ne, sind sie ja. Und ich war mir die relativ schnell im Krieg. Aber... Ich bin sie trotzdem gerne wieder. Tja. Die Waffe ist aber mega stark. Damit... Die Gegner... Ist nicht mehr das Problem. Wo ist die fette Kartoffel? Komm her. Ich höre dich irgendwo kämpfen. Oh, hier ist ein Kristall oder so. Könnten Diamant sein. Nimm mit. Was? Na, ich habe hier so... Sieht wie aus wie der Bosskampf den warten. Was? Ich habe hier so einen Bosskampfraum, wo so ein Ding... Ah ne, ist nur ein Fenster. Ich habe hier so einen Kristall. Ah... Er ist durchsichtig und es kommt die Sonne durch. Was ist das? Ne, die Sonne kommt nicht durch, aber... Sieht da tatsächlich hübsch aus. Ich habe noch keinen einzigen Schaden hier gekriegt. Das ist echt geil. Die Waffe. Ja, die Hellebate ist auch fucking stark. Ich habe hier so viele Pflanzen fallen. Oh ja, ich habe Bäume abgebaut. Das treibe ich hier unten jetzt schon wieder. Das bringt es nicht. Okay, versuch mal hochzukommen, irgendwo. Baumwolle. Ach, schmeckt das wirklich hart. Ich hab hier wieder so einen Tomaten... Oh nein, ich sterb hier tatsächlich. Jetzt hab ich wieder Schaden bekommen. Ach, Dreck. Hier, meine Stuhlsammlung. Hast du eigentlich herausgefunden, wie man die Upgrades auf Schiff machen kann? Das hab ich dir jetzt dreimal gesagt. Wir müssen Quests für Dorfbewohner machen, die wir dann in die Crew holen. Und für je zwei Crewmitglieder können wir Schiffsupgrades machen. Das war das. Ja, das war das. Das hab ich dir jetzt dreimal gesagt, glaub ich. Ja, moin. So. Pflanzengewebe. Das ist gut. Ja, damit kann ich Medi-Kids machen. Mit Medi-Kids stirbt man weniger. Und ich hab hier ein Portal. Cool. Können wir das schon benutzen oder müssen wir da wieder Zeug reinpacken? 20 Required Fragments. Äh, dann pack mal 20 Euro ein. Ich hab gerne Fragmentor. Dann komm ich gleich zu dir, ich hab nämlich viele. Na, erstmal nämlich hier alle Plant-Fibers mit und nach wiederholen. Das wahrscheinlich auch meine. Das wahrscheinlich auch meine, weil das wird mein Züge aufgesammeltes machen. Äh, ja. Dann komm mal her. Das hab ich definitiv. Ich mach jetzt erstmal hier die Plant-Fibers, weil Medi-Kids sind das Wichtige. Das total kann warten, das bleibt auch gleich noch. Und Pixel. Nice. Und ich hab den Bogen, ja. Oh, na, die beiden nutzen. Komm du her. Ja. Pixels, Pixels und Pixels. Hast du den Film Pixels eigentlich mal gesehen? Ist das der mit den Pac-Man? Ja. Ja, hab ich gesehen. Dieser unglaublich furchtbare. So furchtbar fand ich den gar nicht. Hallo, wir haben einmal in den 80ern Videospiele gespielt. Lass einen Film darüber machen. So schlecht fand ich den Film gar nicht. Speedhack bei Pac-Man? Komm schon. Ist auch nicht sonderlich. Ist auch nicht sonderlich. Gab es nie. Ist auch nicht sonderlich. Gut, aber... Ja. Die Effekte sahen ganz nett aus. Ansonsten war es halt ein etwas handler Film. Ich glaub ich hab's auf DVD, wenn ich mich nicht erinnere. Den hat er auf DVD? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Es wird mich wundern. Ehrlich gesagt, du hast nämlich eigentlich Filmgeschmack. Ja, aber den fand ich gar nicht schlecht. Auch nicht gut, aber... So, jetzt komm mal hier rüber zum Portal. Ich komm jetzt rüber zum Portal. Ich hab jetzt Pflanzen mitgenommen. Ich guck mal, wie viele Medikits ich machen kann. Ich kann... 80 machen. So. Jetzt brauchst du erstmal ein paar Sekunden, bis 80 Medikits gemacht sind. Und dann ist gut. Aber erstmal ausgesorgt. Ich zumindest. Und noch Weihnachtslieder spielen. Gut, dass ich die nicht höre. Ich seh gerade... die Medikits sind eigentlich Salve. Ich kann den Text nicht. Es ist also ein englisches Lied. Es gibt auch einen deutschen Text dazu, aber der ist... Kein Respekt dafür, dass ich erkannt hab an der Tatsache, dass du den Text nicht kennst, dass es ein englisches Lied ist. Das Hark der Angels. So, hier. Schade, dass du das nicht hörst. So, 44 Fragmente haben wir. Wollen wir rein? Wir pointen uns. Oh. Aber gut abgebrochen. Sind wir im Outpost gelandet? Kann das sein? Kann sein. Wenn, hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Wir sind... im Outpost gelandet. Es ist derselbe. Es ist derselbe Outpost. Wir sind sehr intelligent. Und wir können uns hier jetzt nicht transporten. Tja. Wir sind überaus intelligent. Wie? Ja, ich geh zum Schiff. Ich geh zum Schiff. bin aus dem outposten rausgefallen wusste ich dass das geht das denn der auch am ende denn ende der outpost das drinnen der welt fest einfach hinten rüber nun passiert und das machen wir noch machen wir gerade noch bis neun oder ja von mir aus aber immerhin der fortschritt gemacht also ich was anwesend der musikinstrumente bekommen und der waffen und sie das nervigste lied überhaupt in die dd 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 d dd 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 dhv für die riese Aber ich kann deine Musik hören Ah, weil ich Horst bin wahrscheinlich Das ist ja kacka Ha, ich kann dich nerven Alter, macht das Schaden Das ist zum Henker Die Pilzjungs sind mit drei Hits von mir down Warum hörst du meine Musik nicht, aber ich deine? Das ist ja kacka Weil ich Horst bin wahrscheinlich, habe ich doch gerade gesagt Also, Dreck Ich habe hier einen Pilz Auf welchen Planeten sind wir eigentlich gerade? Auf irgendeinem Ich habe random einen gepickt Das müsste doch deiner sein, wenn Startprobe im Planeten Nein, wir haben keine Startplaneten mehr Ich habe jetzt einfach irgendeinen Planeten ausgesucht Und da sind wir hingeflogen Und das ist nicht der Startplanet Doch, das ist der, wo wir in der ersten Im ersten Stream waren Hier ist doch das Camp Hier ist der NPC Komm mal her Es gibt mehr als ein Camp Wir haben auf deinem Planeten auch mal gefunden Kommt das hier bekannt vor? Ja, das sieht aus wie bei dir In deinem Ding Guck mal, kommt dir dieses Haus Kommt dir dieses Haus mit dem Pilzdach bekannt vor? Ach, dann sind wir auf deiner Welt gelandet Ne, auf deiner Kommt dir dieses Haus mit dem Pilzdach vor, was war am Anfang Ah, guck mal hier Ah, guck mal hier Wir sind tatsächlich Tja Wie? Okay, cool Neue Betekunden, sagst du? Okay, such mal eine andere Welt, bei der wir landen können Ich bin sehr schlau Oh, ich kann hier im Wagen pennen Man kann hier im Wagen pennen Und sich generieren wie im Zelt Das sieht ziemlich lustig aus Hier im Wagen zu pennen Wusste ich gar nicht, dass das geht Cool Ich bin jetzt mal auf einem anderen Planeten Ich bin hier gerade im Wagen Es ist ein Mond Interessant Okay, hier waren wir definitiv noch nicht Ich komme zu dir Ja, hier waren wir definitiv noch nicht Okay, hier habe ich auch Sauerstoffprobleme Wir können gerne auch gleich nass haben Oh, ein Mond Oh Ich habe Sauerstoffprobleme hier Das stimmt Dann brauchen wir einen Raumanzug Ich porte mich Okay, hier kommen wir also Hier sollten wir besser nicht hin Oh Oder Raumanzug Tod? Nö, noch nicht Ich ersticke hier gerade Ich finde die Gravitation cool Dass man hier schwebt Nicht hin Oh nein Ich kann mich nicht porten Nein Ich werde sterben Das ist jetzt natürlich Kaka Und da steckt es Ja Und ich bin irgendwo anders So Das ist auch Nur ein Mond, oder? Das ist deine Raumstation Das ist ja Mond Und so Und so hat keine Supportet kein Leben Cool Was haben wir denn hier noch? Ich gucke einfach mal was Wo wir hin können Ansonsten können wir auch einfach das Sternsystem verlassen und eins von den anderen 10.000en aussuchen Wanderlust 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 Auf dem wir leben können In diesem System Ich würde sagen, gehen wir einfach mal irgendwo anders hin Das ist ja sehr spannend 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 Das wäre es wenn wir auf den hier gehen Wir können Wie kriegen wir Fuel? Ja, ich guck wie wir Fuel kriegen Das ist schnell Das ist schnell Wie geht's? Gut, schnell Okay Durch die Jusse ist so fluffer schrecklich Okay Ich verstehe was wir machen müssen Was soll es irgendwie auch noch ein Dessert-Ding geben? Schade, dass du das nicht hören kannst Ich verstehe Wir waren bisher nur auf dem Mond Ich verstehe, wir waren bisher nur auf dem Mond ich verstehe, dass diese hohe Das ist ein Dessert Okay, ein bisschen nervig. Nein, überhaupt nicht. So, was haben wir hier noch? Hm. Wir gehen einfach mal auf den großen Planeten her, würde ich sagen. Hm, Mozart. So. Wir waren bisher nämlich nur auf Monden. Und da müssen wir gucken, dass wir irgendwie an einem Extraktor kommen, mit dem wir dann Blöcke zu Sauerstoff machen können. Ja. Kleine Nachtmusik. Schön. Ja, das hier sieht nach einem ordentlichen Planeten aus. Haben wir da auch keine Luft drauf? Alles gut. Ich habe diesmal drauf geachtet. Ist kein Mond. Oh, hier ist eine japanische Ruine. Mit eventuell feindlichen... Das ist ein Dorf. Oder sowas. Villager, die brauchst du für deine... Aha. Habe ich jetzt festgelegt. Ich finde das super schön hier. Vielleicht wirst du noch andere entdecken. Kannst du ja einmal jetzt wieder schliessen, oder? Ja, ich bin fast hier. Warum hast du keine Quest? Oh. 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 Kann man was kaufen hier, oder? Oh, kann man. Bottled Water. Oh. Ich habe Wasser gekauft. Cool. Oh. 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 Ich habe eine Tech Card. Ich habe eine Tech Card. Eine Tech Card. Upgrade Komponent. Ich guck mal eben, wie viele Pixels ich habe. Okay. Wir müssen Dinge killen. Der Band verkauft den Hammer. Und das ist ein groter. Ich habe gerade ein Flaschen Wasser gekauft. Nice. Oh. Nice. Wo findet man raus, wie viele Pixel man hat? Ähm. Im Inventar ganz unten. 35. Ich habe schon gezeigt. Cool. Okay, wir dürfen also nicht häufig sterben. Ich baue nämlich 1.300. Und ich habe schon 600. Sieht nicht schlecht aus hier. Wer bist du denn? Das Dorf ist ja insane cool. Have you ever noticed how... Ja, auch was. Oh, okay. Ein Schwert. Dorf entdeckt. 25. Willst du die haben? Wer ist hier Händler? Kannst du einfach klauen. Da ist ein Schrank dort drin. Cool. Das ist nicht geklaut, das wird einem hier angeboten als Gastgeschenk. Japan halt. Oh, 75 Pixel. Nice. Jetzt habe ich 117 Pixel. Wie groß ist dieses Dorf, Alter? Das ist eine fucking Großstadt hier. Ich habe 117 Pixel. Wie viel braucht man nochmal? Ich hätte ganz gern 1.300. 1.000. Okay, das ist das. Ich habe schon 600 irgendwas. Also hier kriegt man relativ gut, wenn man nicht dauernd stirbt. Wie sterben aber dauert? Du. Ich bin mittlerweile ganz gut dabei. Oh, hier gibt es eine Quest. Was? Wo? Gäbe es Ausrufzeichen hier. Der Typ. Ja. Tatsächlich. Cool. Locate the Overgrown Wooden Watchtower. Ja. Dann gehen wir mal in die Richtung. Ich bin verhungert. Ich nicht. Moment. Ich brauche mich zu dir mein Zeug liegt noch da. Mein Zeug liegt noch da. Ich bin schon weit weg. Ich muss ein bisschen zurücklaufen. Ich bin schon weit weg. Feindliches Chameleon. Ja, aber das ist nicht weit weg. Ich bin schon weit weg. Siehst du aus, wenn ich fliegenlaufe oder was? Salbe. Packen wir uns hier hin. Ähm, ich bin gleich tot und... Ähm... Der 1-Header. Der Typ 1-Header. Der in den Tower. Echt. Arschmäßig. Geile Waffe. Komm mal mit. Was? Wo? Wo? Wieso? Läuft mir einen Roboter hinterher? Komm mal mit. Moly. Ich brauche meine Hilfe dort. Ey, ja. Also nicht hier. Nach oben. Ja, cool. Ich glaube, ihr hilft gerade ein Roboter. Den brauchen wir auch. Der hat mich mit einem Kill komplett ge... Ähm... WTF? Wer ist er? Warum... Warum kämpft er für uns? Ab nach oben. Ab nach oben. Wir brauchen den oben. Ich baue ihm irgendwie einen Weg nach oben oder so. Der kann genauso springen wie wir. Wenn wir da hochkommen, kommt der auch. Die KI ist relativ gut. Wir müssen da zu dem Typ im Turm. Der ist extrem. Der hat eine... Der hat eine extreme Waffe. Streng doch, wenn ich drücke. Ach. Kann sein, dass du hier abgebaut hast. Ja. Du hast die abgebaut. Um da hochzukommen. Okay. Wir gehen deinen Weg. Also... Das ist hier hoch. Da ist die Crest auch. Hier. Ich finde die aber... Hier. Wir haben jetzt hier mit dem blauen... Der blaue... Der hat mich sofort gekillt. Das ist... Ja. Du meinst zu dem hin? Die... Die... Seine Kanone. Darf sich von der Kanone nicht treffen lassen. Ich bin bereits woanders. Der hat mich mit zu seiner Waffe gekillt. Für... One-Hit. Der ist einfach OP. Alter, fuck. Ich glaub ich hab nen Begleiter. Der ist einfach OP dieser Kämpfer. Musik